Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Tag, sobald wo es geht, dabei. Und wir wollten jetzt zum Margit vom Tiefwasser. Jetzt sofort mal rein. Aber bevor wir da reingehen, mal kurz. Ich hoffe wir können das jetzt hier. Na keine Abkürzung. Ich will hier mal Geld mit rein nehmen zum Margit vom Tiefwasser. Wenn wir da schon mal hingehen. Das letzte Mal. Das letzte Mal zwar ohne die Karte, die jetzt in der Story ging, reingegangen sind. Hat Schattenherz gesagt, schau ab. Du hast mir meine Quest mitgenommen. Ich brauche einen Moment für die zwei von uns. Schau tief und schau. Ich glaube Astarion muss mal kurz aus dem Team raus. Hallo, was kann ich für dich tun? Oh, Frau, ich bin her. Ich... Es klingt... Und wir werden ihn gleich wieder mit. Zeit und wieder. Es ist eine Sache, um so ein Verkauf zu machen. In der Bezug auf so einen Pakt. Aber um so zu tun, um... Mit... ... mit... Sonst gibt es da wieder Streit und dann ist es dann immer Resist. Ja... Bei Schattenherz war das... War das der Moment, wo sie gesagt hat... Du weißt, wo ich auf die Sache richtig... Meine Story Quest mitgenommen. Jetzt gehe ich. Das will ich jetzt bei... Das will ich bei Gay nicht noch mal erleben. Dass der dann sagt, ach du hast mich nicht zu Magit vom Tiefwasser mitgenommen. Das ist jetzt... Das nehme ich dir aber übel. Das möchte ich nicht mehr weiter mit dem Team sein. Das ist so schön. Ich sehe dich sehr schön wie schön. Stand it up! Du bist flouchen. Du bist flouchen. Ich stelle dich an! Soll es sie. Ich sehe dich an. Du bist flouchen. Je stecke dich an! Soll es dir, gehen? Das ist jetzt nicht so gut. Ich sehe dich an. Ich fahre dich an. Ich führe dich an. Ich schaffe dich an! Es ist vorbei, Wizard! So, dann versuchen wir es mal. Können wir mal mit Klang sprechen und vorwerein gehen? Ich habe nichts gefunden. Wen würdet ihr da wohnen denn in die Findung kriegen? Ich habe es nachdem gefunden, es war kein Relikt zu meinem Asimau. Es geht euch nichts an. Ja. Ja. Ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Es war längst verschollen. 31, wow. Der Gerstgen verliebt. Alles weg. Tieren durchqueren ist auch so eine andere Sache. Okay. Wasser Elemental. Oh, wir haben eine Schussmachtik bekommen. Lava Elemental. Lava Elemental. Lava Elemental. Lava Elemental. Habt ihr gesehen, wie viel die Preise sind? Ach, der Preis ist dein... Lava Elemental. Lava Elemental. Lava Elemental. Lava Elemental. Lava Elemental. Lava Elemental. Ah, so müssen wir ein Level ab machen, bevor wir jetzt hier in was wir hineingeraten wurden, zu großem Kampf bieten, so. Ich werde mal... Bevor wir wieder kämpfen müssen. Ah, die Frisur. Entscheidung ausstehend. Okay, was haben wir hier? Verwirrung. Verwirrung, eine Gruppe von Kreaturen, sie greifen wahllos an. Nicht gut in Deutsch. Bringen wir einen Verbünden aus der Betäubung, Spiegsgelände kann die Zeit verlangt, zieh nicht verlangt, ist auch nicht schlecht. Verwandlung, verwandeln eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Cool. Nämlich. Das können wir hier auch noch rausnehmen. Verwirrung wäre auch cool. Wenn wir das noch machen könnten. Was davon brauchen wir am wenigsten. Den Totenrin habe ich ernsthaft noch nicht gemacht. Furchtlichen auch nicht. Einen Teil erhitzen sollten wir mal nutzen. Ich nehme mal das hier. So, Talent. Maginowice Bade haben wir. So was können wir machen. Waffenmeister, du bist im Umgang mit vier Waffen, wenn er war. Waffenmeister, du bist im Umgang mit vier Waffen und vier Waffen. Und das wäre was. Einmal können wir Stärke dazu machen. Unverprobte Zauberwürfer, Tavernenschläger, das ist eher was, das würde ich Fikarlach nehmen. Scharfschützer, haben wir noch irgendetwas Charismamäßiges, was noch wurde. Charisma noch höher pitchen können. Schauspieler. Charisma wird um eins auf maximal 20 erhöht. Wir sind bei 18 schon. Charisma 18. Ach so, jetzt hätten wir um 18. So. Der Übungsbonus ist bei Täuschen und Auftreten und Würfen verdoppelt. Wir sind schon fast im Schlagband Charisma. Stärke haben wir am wenigsten. Das ist richtig. Brauchen wir aber als Bade nicht. Weiß jetzt könnten wir noch ein bisschen erhöhen. Bisher ist unser Lieder, jeder soziale Wurf ist uns bisher echt gelungen. Armbrustexperte. Defensiver Durulent. Zwei Waffenkämpfe. Ich meine, Lemptar Adept. Okay, jetzt können wir sagen, dass eine Zauberinorin Residenz gegen die gewählte Schadensart. Ja. Würfelbonus. Zwei Wutverbesserungen können wir mal nehmen. Können wir zwei auf Charisma setzen. Das wäre einfach unschlagbar. Stärke können wir aber auch gebrauchen. Höhe ein Attribut um zwei oder zwei Attribut um eins. Wozu brauchen wir Weisheit? Spiel und Institution verbessert Zauberwirken bei drüben Glädern und Weitläufern. Ja. Stärke könnte man ein bisschen Level und Charisma. Wir machen beides ein Charisma. Primärattribut. Mein Charisma, Stärke brauchen wir jetzt nicht so dringend mit meinem Körper. Der macht eh meistens Heilung und die Angriffe, die er macht mit dem Schwert ist, da... Hm. Ich nehme eins auf Stärke und eins auf Charisma. Dann mal... Charisma 18. Das ist beim nächsten Lenden ab. Dann machen wir dann noch mal Charisma. Dann... Ja, so machen wir es. Für mich das Beste. Charisma Plus bei dem Charisma. Das wird lustig, wenn wir den Kerl erst mal 20 haben. Prost, aber nicht mehr zu dürfen. Ach so, neue Zauber. Martin, keine Level 3 und 4. Egal. Okay. Was hat die bisher für Zauber? Ja. Attacken Zauber. Die Schaden machen doch mal. Blindheit. Arcane Schluss. Das wäre ja was für Astarion. Wenn wir es nicht mehr im Team haben, können wir wahrscheinlich gleich wieder leveln. Mal den... Mal den bekommen. Flammensphäre. Nehmen wir doch das. Talent. Okay. Sie müssen auf Kampf leveln. Obwohl ein bisschen Magie könnte ich auch gebraucht. Das habe ich jetzt gerade bei dem... War das im letzten Part glaube ich jetzt was versucht haben mit... Als wir da unten in das Versteck gegangen sind und die Gefängte waren. Da habe ich bemerkt, wie scheiße unser Gefängte ist. Also wie wenig wir den auf Kämpfer ausge... gemacht haben und... Wie wenig auf... Auf Magie und so weiter. Die anderen... Also die Zauberkräfte, die dort gemacht wurden, da... Also... Diese... Festhalte Attacken und so weiter. Das könnte alles... Das ist weit entfernt von. Aber... Ich könnte mir hier noch ein bisschen... Ein paar Zauber... Beibringen... Wie es aktiv nutzen kann. Das war ein bisschen frustrierend, das zu sehen... Dass wir so wissen, dass die... Unsere Gefängte Kriegerin irgendwie nix kann. Was magische Sachen angeht. Was ich für sträflich vor... Versetzt haben. Konzentrationsbrechen. Meister der schweren Rüstungen... Auch gut. Verstritten... Ich habe in Ranken... Die Kreaturen darauf verlangsamt... Sowas in die Art brauchen wir mal hier. Feenfeuer. Ja, solche Angriffe... Nebelwölke und so... Die haben wir auch hier... Kleriker... Sie könnten wir auch als Kleriker gebrauchen. Die Truide haben wir noch nicht... Im Team... Deswegen könnte man sie noch ein bisschen... Mit... Truidenfähigkeiten... Gute Beeren... Klima ist Verstricken... Das könnte... So was könnte man gebrauchen... Den Gegner festzuhalten... Zaubertricks sagen wir noch... Resistenz... Flammen erzeugen... Der Stab oder Knüppel wird magisch... Im Blut 1-8 Wuchtschaden... Benutzt bei Angriffswürfenden... Attribute zum Zauberwirken... Die Tonnenpeitsche... Zieht die Kreatur zu der Hand... Das ist auch nicht schlecht... Naja... Resistenz machen sie... Resistenz machen sie... Aus dem Zauberaffekt... Ich mag schon Knüppel... Die Flamme in der Hand... Erhält ein RADIS... 은... Minimetron 기ppt Schweurschaden... Naja... Ich nehme, glaube ich, die beiden hier. Es ist, glaube ich, nicht schlecht, den Charakter hier so ein bisschen Richtung Druide zu leveln. Ja, hier bei ihr können wir vor der Kampf gehen, haben eigentlich viel zu viel auf Magie gemacht, der Baba, der kann ruhig, können wir noch was wechseln. Ach, Sprungweite steckt, nehmen wir mal Tigerherz, Tigerblutdurst. So, hier können wir mal, meist auf schweren Rüstungen haben wir schon, ja, schwer gerüstet wäre auch nicht schlecht, also drauf holen, irgendwas mit dem Zähl. Tavernenschläger vielleicht. Wenn du einen waffenlosen Angriff ausführst, eine improvisierte Waffe einsetzt, damit etwas wirfst, kriegst du Schaden und den Angriffswürfen deiner Stärkung und wirkst, wenn man zu okay. die Stärke noch ein bisschen auflösen, dann können wir jetzt die Blutverbesserung, bei der Stärke sitzen, einfach Stärke auf 19 gemacht, Intelligenz brucht kann auch nicht. Geschichtigkeit ist von 19 Stärke machen wir einfach das, unsere Gutverbesserung. jetzt gehen, 2-0 Zauber und ein Talent. Verbannung, 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 Ziel vorübergehend auf die andere Existenzebene, das habe ich glaube schon mal jemanden gegeben. Schwarz Tentakel, ja, finde ich nicht schlecht. Okay, da müssen wir euch vorbereiten. Die habe ich noch nie eingesetzt. Gehen wir raus. Verbannung kann ich gebrochen. Feuerwand. Schwachheit und Metallbeschwerden, das brauchen wir auch unbedingt. Nächstes davon haben wir Gedanken übernehmen. So machen wir es, folgen Kampf. Okay, da ist der Kampfkunst. Bin mir noch was magisches. Maginor, wie zur Zauberung haben wir das noch nicht genommen. Mal ein Tricklaut dazu, brennen wir Hände. Nein, das ist eher nicht so nützlich. Widerstandsfähig, das wäre auch was. Ich glaube irgendwas, dass der länger, dass der länger aussieht und nicht sofort Treffpunkt Maximum wird pro erleichtert auf Stufe 2 erhöht. Ich glaube das ist gut, dass der mehr aussieht. Ich glaube das ist gut, dass der mal ein bisschen zäher wird. Dass der nicht sofort weg stirbt. Nehmen wir mal. Jetzt hier noch was anderes. Schildmeister. Ne, der braucht die Zähne. Der muss ein bisschen, der muss ein paar Treffer mehr aushalten. Sehr schön. Stufe 8 sind wir jetzt schon. Ah ja. Beliebte Wurstung. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier schon. Ich bin hier. Ich bin hier schon. Ich bin hier schon. in service of the revered wizard Leroten, proprietor of this fine establishment. To browse our wares, say trade. To provide information about the night song, say night song. If you are a city official here to collect dreams, say taxis. For all other inquiries, say other. The provision of information that leads to the retrieval of the night song is worth a great deal to master Leroten. Do you have information regarding the night song? Please proceed upstairs for further instructions. Thank you. Please come again soon and have a magical day. A second. Let's go for a moment. As soon as I turn my recordings, everyone will see what I want. The whole day. The whole day, the whole day, the whole day, no one can send me. But in the second where you're going. The whole day. The whole day. The whole day. If you are here to waste the great wizard Leroten's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Ah, yes. Portades. And some portades. Taffy. The night song is a druidic staff that allows its bearer command over an army of ancient beasts. No, it is not. The night song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and God alike. The night song is a priceless ruby from a realm beyond our own. The night song is an immortal being. The child of a deity. The child of a deity. The land. The door. I hope you don't have a lot of that. The door for a while. The door for a while. The door. The door for a while. The door. The door. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier bei ihm wollen, aber gut. Wir haben das Nachtlied ja schon gefunden. Sieht nicht nach dem weisesten aus. Ich hoffe, wir machen hier kein Film. Ich bin schon nervös, glaube ich. Wir können sie ja schlecht in Hand nehmen. Ich bin nicht ganz die begeistert zur Begrüßung, die ich mir auftate. Was wollt ihr von ihr? Ihr müsst der Magier Lorakan sein. Es geht euch nichts an. Das klingt, als hättet ihr das Nachtlied selbst gesehen. Oh, ich habe für ein guter Begrüßung von sehr privilegierter Informationen bezahlt. Jetzt habe ich mit dem resultatlich generösen Kontrakt, den ich verabschiedet habe. Wieso? Oder siehst du, was passiert, wenn die Böse meine wertvolle Zeit mischen. So was solltet ihr nicht leichtfertig sagen. Sie frisst euch bei lebendigem Leib. Warum wollt ihr sie unbedingt haben? Gute Frage. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht wäre ich sogar bereit, es euch zu sagen. Betäuschen, bedauerlicherweise lebt das Nachtlied nicht mehr. Sie wurde in dem Charitentempel getötet, wie die Kerker war. Betäuschen, ich habe sie gesehen. Kräftenformen hatte sie gefangen genommen. Ich habe sie dort gelassen. Lasst mich auch im Blick nicht in Ruhe. Ich weiß nichts, ich führe es. Ja, das ist mir die wichtigste Frage. Ich werde mich fühlen von dieser Repartee, mein Freund. Lass uns auf die Schmerzen. Schön, nicht wahr? Werte mehr als deine Leben, auch. Ich habe es von einem Kalashite-Warlack. Sehr wenig von ihm ist es. Ich habe kein Nachtlied gesehen. Ich habe kein Nachtlied gesehen. Oha. Person wird zaubern und wird nicht klappen. Haben wir aber genommen, oder was? Ah, nein, wir haben Freunde genommen. Wie es funktioniert hat. Ich gebe jetzt Charisma plus 4. Joa, ich weiß nicht, ob das richtig war, aber er wollte die Gefangenen nehmen. Hier, das ist, das ist, das ist, ich weiß nicht. War es unsere Aufgabe, den zu übergeben, aber... Ja, nein, es ist... Hat für keine gute Idee. Der hat uns den Bandzauber gezeigt, der sich immer festhalten kann. Das ist, ne, das ist da. Das würden wir mit ihr nicht machen. Wow, was für eine Aussicht hier oben. Hier unten die ganze Stadt. Das tun wir. Was ist gut, dass nichts machen. Wow, ist ein ausblick. Ich schau mich hier nur mal ein bisschen um. Können wir noch höher. Ah ja. Wollen wir gelesen. Der Arme. Ja, nicht so. Ja, nicht so. Ja, nicht so. Wo wir heute niemanden haben. Der Letzten, der versucht hat, sie zu besitzen, den haben abgeschlachtet. Geht das, was dir rechtlich ist. Es ist wunderschön. Nein. Vergiss es. Dann gehört es dir nicht. Allein schon, weil er sagt es. Es gehört rechtmäßig mir. Im Leben nicht. Obwohl es sonst was für eine Belohnung gibt, das ist da. Nee. Vergiss es mal. Ja. Hier gibt es gar nichts. Okay, Woodsmaker sind wir. Ach, hier werden Portalen. Kannst du mir jetzt durch ein anderes Portal noch gehen? The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. Oh. Oh. Um. Ein Tor. Das ist nicht gut. Kann man jemand... Das ist nicht gut. Ich kann jetzt keine Nachtruhe einlegen. Das ist ein bisschen scheiße. Müssen aber wohl. Und dann einen Tag beenden. Das hat genug für heute. Wenn wir jetzt in den Kampf geraten würden, das wäre... Ich würde es mal ausprobieren. Wir sind einfach tot. Ich wollte hier mal... Oh oh. Passiert was? Nur so gut wie tot. Wir können jetzt kein... Treffen mit irgendjemand machen. Ein bisschen Salz am Top. Und... Oh, du bist hier. Ich bin nicht bereit. Ich meine... Ich denke, ich bin bereit. Ich... Ich... Ich dachte, du wärst süß. Also... Ich habe das für dich gemacht. Meine Mamas favoritere Recipe. Du bist nicht bereit. Ich habe es nicht damit gerechnet. Dass du... mir in die Stadt folgst. Die Taverne der Elfgesang... Du musst ihre Sicherheitsvorkehrungen verbessern. Träbst du da... ein irgendwelchen Unfunk? Und ich glaube, was ist das denn... Mama war in der Küche. Sie werden seine Mutter auch nicht finden. Oder ihre. Adoptieren sie. Wenn es... Für die Rast noch reicht. Du musst mir nichts beweisen, du bist hier willkommen. Du hast Glück, es ist gerade eine Schlitter frei gewohnt. Kennst du noch etwas anderes? Einmalmäßig kochen reicht nicht für einen Platz. Oh, wow. Lass mich jetzt mal probieren, dann entscheide ich. Verschuldige verlegst. Es hat. Aber du bist nur mitzüren. Oh, danke, danke. Du wirst es nicht vergleichen. Ich werde, ich werde, ich werde der beste Cooker, den du jemals hattest. Willst du es versuchen? Sehr gerne. Siehst du? Es ist gut, richtig? Du weißt warum? Weil ich in mein secretes Ingredient. Willst du dir erzählen, was es ist? Es ist ein Nerd, versuchen die ganze Zeit zu schmecken. Machen wir es. Das wird nichts. Fehlt noch 5. Komm, jetzt kriegen wir raus. Nein, kriegen wir nicht. Warum versuche ich es nochmal? Wir haben einen Bonus von 2. Das sind nur noch 20 Würfel, dann haben wir eine 2 und 2. Sie schmeckt nichts aus der Ordnung. Die Herben und Spiegel sind von jedem Markt-Trader. Ich habe eine spezielle Fleisch drin. Was? Was? Ach, verdammt. Ich sehe sie schon wieder. Ach du heilige Scheiße. Sie haben die Leidung. Sie haben eine Karte geduldet. Sie haben die Karte geduldet. Sie haben die Karte, kleine Piggie. Oder die Kinderstilte, die dir nicht für das Hauptsache... Sie lassen die Karte nicht für die Hauptsache schmerzen? Sie werden sie auf einem alten Spiel... Ich kann mich nicht angreifen, ich bin tot. Können wir bitte nicht jetzt kämpfen? Ich meine wir wurden gewarnt. Können wir uns angreifen? Ich werde nicht angreifen. Ihr Kind die zu schnell. Die Verlagerung braucht eine bessere Ausstellung. Eine neue Sache. Sticky, süß und leidig. Er will dich. Der Mordgott will mich, warum? Kommt mich holen und ihr werdet euch irgendwann umgehend begegnen. Es ist keine Kurzlinie, es ist eure eigene krankige Fantasie. Zu jeder, ich fürchte, man muss warten bis er dran ist. Es ist, wir können jetzt nicht kämpfen. Man sollte nur irgendetwas machen, was du sagst. Wie genau schleife ich mich genug von diesen Ritz, das spricht deutlich. Ich habe schon geschleffen genug, wie ihr nun spüren werdet. Verdammt. Wie besiegt man einen steuer Kronter. Warum haben wir in unserem Lager nie die Ruhe? Das ist doch kommen ins Lager, um zu heilen. Das haben wir in einem Kampf. Was feiert, oder? Aha, das hat er auch so an. Wir sind in einem anderen. Der Survivor klaims die Stöhnen. Was ist left von einem anderen? Ist Bars. Agree? Dann werde ich meine Assassins umdrehen. Sie sehen dich immer. Lange, um das Krimzen aus deinen Beinen zu verbrechen. Begge. Ich bin. Und du lernen, was passiert mit den Stöhnen zu den Beinen? Also will dein Freund. Und du wirst dein Freund. Refuse and the child's life may be forfeit, as might your own. Warren's assassins will hunt you like prey for slaughter. Hmmmm... I'll do it, but please don't do anything. Oh, fuck. A life that we have to do. If you take it, you have to support God. That's good. That's what I want to do. And if you take it away, you can take it away from the child's life. Just like your own. And if you take it away from the child's life, you can take it away from the child's life. So, if you take it away from the child's life, you won't live anymore, or something? Oh, silly, silly little slaughterhound. My assassins will not let you. If you hunt me, then they hunt you. The murder lord will not be denied. Neither will I. Maybe it was a wrong decision. Here we go. The murder lord will not let you know. I thought we could now kill you. And you'll probably have you saved them. The murder lord will not be denied. So terrible. Es wird schwer sie zu töten Gotas zu töten wird leichter sein Ach fuck, was ist da? Wir hätten vielleicht sagen können Wir hätten sagen sollten, sollen das Soll Gotas töten Wir hätten es gegeneinander ausspielen sollen Soll ich das nochmal Dann müssen wir zum Magier nochmal rein und dann Wir hätten die gegeneinander ausspielen können Hätten wir zu Gotas Hätten wir Gotas besiegt und hätten wir sie besiegt Ich weiß nicht ob das die weiseste Entscheidung war Habe ich den vorher irgendwo gespeichert? Nein, jetzt hier und vor der Verdammt Ich muss öfters speichern Ich weiß nicht Es wird unser Spiel wahrscheinlich massiv erschweren Weil sie uns jetzt ihre Lakaien auf eine Heiz setzt Wir suchen nach ihr noch umso schwerer wird Das ist ein neues Teide Das ist ein neues Teide Das ist ein bisschen auf die Fäden Und Oh, du bist hier! Ja, ich dachte, du wärst hängig, also ich habe das für dich gemacht, meine Mums favoritete Recipe Okay, die Entscheidung machen wir wieder Eine Katze getötet Jetzt sofort angreifen können wir es wahrscheinlich nicht, oder? Oh Der Mordkut für mich, warum? Oh man Oh Oh Gordash Dieb da Da Oh, wow. Dann ist sie der große Endkampf. Das klingt gut als guter Weg. Ich habe ein Bündnis mit Gotthausch, das nicht brechen werde, die gefällt am Verbündeten, also in den Rücken, oder holt mich dazu auf, sei es, ich werde Gotthausch töten, den er lebt, bekämpfe wie um den letzten Nessau steigen. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Gotthausch töten würden wir sowieso, den er lebt, und sie jemals Bosfeld am Ende. Das werden wir auch noch irgendwie schaffen. Ich hätte eher gerofft, dass wir ihn irgendwie hinter dem Sauschen bekommen. Und wiederum, und wiederum, und wiederum. Aber hör' dich, hör' dich kurz, Sponkiller. Das warst du dich. Ja, sicher. Und dann können wir uns erst deinen Stellen holen, dann werden wir uns erst deinen Stellen holen. Das ist die Idee für ihn. Also andersrum, aber ob jetzt so rum oder so rum ist, das ist alles. Wenn wir jetzt erst ihn töten oder erst die töten, das ist ja ... Das sind wir doch gleich. Ok, Jena ist immer noch weg. Ok, ich bin glaube ich erstmal gegen den Team, weil den brauchen wir für einen Kampf. Und der wird sehr weit kommen. Nur gegen Gotthausch kämpfen. Wir brauchen echt keinen langen Rast. Machen wir einen kurzen Rast. Aber ein bisschen langen Rast machen wir was. Was ist denn mit dem Aufzug? Ja. Unsinnert ja immer noch nicht. Was willst du? Zeigt was ihr habt. Verzeiht, ich will nicht stören. Seid mir nicht so unnötig. Ein Zahlender Kunde. Bin ich nicht. Aber gut. Nahrungsverbeter. Da müssen wir natürlich bezahlen. Können wir irgendwas eintauschen? Die Zeitung. Ähm. Tja. Wir haben momentan nicht wirklich was Wertvolles bei uns. Ich bin Joshua. Ich bin die Zeitung. Echt. Das ist für mich. Wir können uns dafür wohnen. Das war es für mich. Ich bin dabei. Wir müssen das bezahlen. Okay, das ist wohl die nächste Mission Gotash besiegen. Ah, nicht auch noch du. Die nächste Teufel. Sie ist kein... Sie war eine Gestaltrand. Sie ist eine Teufel. Und du wirst, was wirst du nicht sagen? Ich bin eigentlich recht zufrieden, was ihr auch anbietet. Ich bin nicht interessiert. Ich bin kürzlich verstärkt hier vor. Ich habe keine Ahnung, wovor ihr geredet. Ich habe keine Ahnung mit ihr. Ich bin nicht schuldig, ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig, sondern schuldig. Die kleine Todes, in großartig. Schau. Und ich komme zu dir, wenn du deine Kopf aufsperrenst. Ich werde deine die Erdbezüge verletzen. Oder nicht. Und du wirst die eternale Ange des Unklarm und die Unantwortung. Ich liebe mich. Ich habe mich überrascht. Ich glaube, ich werde nicht mehr machen. Ta-ta! Okay, wir müssen mal hier und suchen die Mode. Da geht es weiter. In dieser Richtung. Wir gehen um das Gebäude herum. Wenn die Landschaft mal laden würde. Könnten wir sogar sehen, wo wir hinlaufen. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Ich habe die Kippe runter. Nicht erreichbar. Aha. Weiß man halt nie. Okay. Doch erreichbar. Da geht es weiter. Vielleicht schon da lang. Tun wir es mal auch. Wieder ums Sprung. Okay. Okay. Wie kommen wir denn hier rüber? Es läuft die Karte in die Sackgasse aus. Aber weil er im Haus steht. Ein Druide, der den Baum zu leben versucht. Das ist ähnlich wie die Karte in die Häusern. Okay, das ist eine Tür. Da stehen Tauben in der Luft, machen sie durchaus. Das kann passieren. Wegpunkt entdeckt. Ja, da wollen wir hin. Hier haben wir erstmal Sleething. Ein Tieflingskind. Ein Spaden. Was steht denn heute in der Zeitung? Oh, Moll. Was hat Moll gesagt? Sie ist noch im Leben. Das ist was von Moll. Wo ist Moll? Wir wollen Moll finden. Mordscharte. Okay, was steht heute in der Zeitung? Der Konflikt zwischen Arding aus Arabel und unendeligen Kultisten schwellt weiter an. Badoria tosten Kult zu feucht und gefährlich. Nach dem Eriturel-Desaster schützt ihr euer Heim gegen das Infernalische. Keine Kräuterheilmittel versprochen. Die Kunst des Städels. Die Kunst des Städels. Die Kunst des Städels. Gilden-Informant packt aus. Kleinere Erdbeben sorgen für weiter umgehen. Wird mal das Tagesgeschehen im Auge. Ja, den Stahlwachen will ich aufs Weg gehen. Ich finde auch das Büro von meinem Großfürstler, was das normal für ein Posten war. Ohne, dass wir gegen viele Stahlwachen kämpfen müssen. Ich kann ihn irgendwo mal durch Treffen hin auf die Straße und können ihn in den Fluss werfen. Aha. Ermittlungsgebiet. Maintain your distance. Area under active investigation. By order of the flaming fist. Wir haben jetzt hier angegriffen, nur noch. Wir werden da was machen. Okay, hier ist glaube ich keiner. graciasherust gleich. Vielleicht nicht. Ah,інuma spiegieren hier an der Stelle. Das ist lustig. Ich kann mich alle den Tatort von reinigen. Das ist lustig. Ich kann mich alle den Tatort von reinigen. Blendern würde ich den eigentlich nicht, aber... Im Bett. Was soll ich hier machen? So, die Morde. Finde den Schauplatz des unnötigen Fettmords. Da wären wir. Ich kann auch stampfen. Blutige Nachricht. Sie sollte uns vielleicht helfen. Blutige Zettel wurde von unserer unterster aufgeregte Hand geschrieben. Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts angehen, Birnbaum. Die Feuerspuker des Fürstlings in meiner Stadt zu verteilen, abstoßend. Sie hinterlassen kein Blut, nur Leichenasche. Die Sache ist ganz und gar stillos. Ich wandle durch eure Keller, während ich diese Wortschreiber. Sie ist wirklich groß, geräumlich. Man wird nie alle Fetzen von euch finden. Wenn ich sie hier gut verteile. Aha. Ein Drohung von wem? Die Keller sind. Mal nachschauen. Die Wache und die Stahlwache. Alle Schlüssel für Luca. Luca. Ich bin dein Vater. Was ist das? Okay, was ist das? Wo können wir denn hier? Muss hier irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Dann mal drinnen, was wir mal sehen. Schauen wir uns mal nach einer Lupe um. Oh, cool. So, sie brauchen... Sieg der Stahlwächter. Ah, oh. Das ist eine Tür, die zum selben Haus führt. Haus zu einem Joel. Das ist Joel's Haus. No letters, no clerics, no herbsellers, no potion peddlers and no steel watch. Hm. Hm. Wo können wir denn die Lupe? Hier eventuell... Was ist das? Wollen wir irgendwas überziehen im Haus drinnen? Ist hier irgendwas... ...vorne dran? Nein. Hier ist etwas... Hier könnte es irgendwie rein gehen. Das ist eine Lupe. Das ist echt irgendwie eine Lupe. Die Maustern. Das ist echt irgendwie eine Lupe. Das ist schon so... Hier ist eine Lupe. Hier noch mal egal. Unterm Bett. Im Schrank. Auf nach Nanya. Unter dem Holzfass. Eher nicht so. Ah, die Post. Eine Segelmünze. Die Münze könnte in Fanatisch Maschinen antreiben. Das ist doch was. Carla. Was sagst du dazu? Das ist eine Segelmünze, richtig? Das ist, ich denke ich kann es nutzen. Aber mein Motor kann es trotzdem. Zaryl hat mich immer wieder aufgetragen, wenn sie mich nach einem besonders witzigen Target gehen wollte. Ich habe keine Angst, dass eure Maschinen überlastet. Habt ihr einen Münzschlitz im Herzen? Aber Segelmünzen sind doch genau das sie enthalten. Echte Seelen. Ich weiß nicht, ob ihr sie einsetzen solltet. Finden wir es heraus, nur zu probiert es aus. Sollte. 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 an Bandeplatz? Sollte. Sollte. Hewicht. Ein Ascherhaufen. Nein, nicht öffnen. Nicht vor den Waffen. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon weg. Den wollen wir uns nicht anlegen. So, Volumen. Ja, den Schraubplatz haben wir jetzt nicht wirklich gefunden. Der Volumen muss hier irgendwo sein. Den sollten wir auch nochmal finden. Okay, hier kommen wir gerade irgendwie nicht weiter. So, vielleicht 11. Das ist der nächste Anhaltspunkt, würde ich sagen. Jetzt finden wir dann hier irgendwo noch das Büro des... Kratzlos Palast. Aha. Ich nehme mal eine Schnellreise. Und dann müssen wir wohl... ... auch mal die Parts beenden. Jetzt hätte ich das bekommen. Interviews, Politik, Gossip. All das kommt in die blöde Borderscheidung. Außer was die Leute eigentlich in einem Bordschicht wollen. Irgendeine Sache würde ich noch schnell machen. Ich hoffe, es geht schnell. Da stehen da oben jemanden. Da stehen da oben jemanden. Okay, dann haben wir wieder... ... Stufenaufstieg. Können wir auch gleich nochmal machen. Eigentlich... ... im nächsten Part, aber... ... das machen wir noch schnell. Damit wir im nächsten Part aufbrechen können... ... zur nächsten Quest. Okay. Arcana Schloss, das passt zu ihm. Ach du Scheiße. Damit tue ich ihm auf Escape. Okay. Können wir hier irgendwas... ... für groß, einfach klein und das wäre auch interessant. Nehmen wir das... ... Talent. Wachsam. Du hast einen Bonus von Person, von Initiative und kannst nicht überrascht werden. Wär für ein Gieb nicht schlecht. Wär für ein Gieb nicht schlecht. Du kriegst... ... Pilz... ... leichtfüßig. Sei was... ... mit wem es hat über die Haut, wenn du spurtest... ... und dich bewegst... ... wir liegen jetzt an den Griffen und nehmen wir das... ... leichtfüßig. ... macht Sinn. Ach so, er ist das... ... Merzhaus. Ne, den brauchen wir noch nicht. Haben wir noch nicht gebraucht zurück. Gut. Na dann. Zurück in die Stadt. Dann sage ich mal Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns den nächsten Part wieder. Da schauen wir dann... ... in Richtung... ... des bleichen Elfs hier. ... in die Richtung gehen wir dann mal weiter. Krasadour's Palast. Und vielleicht steht auch der Kampf gegen... ... für die Stahlwache aus. Und die Gießerei der Stahlwache. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das will. Vielleicht steht auch bald der Kampf gegen... ... den Fürsten hier. Fürst Wurtasch ins Haus. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vorabietext. Untertitelung des ZDF, 2020